Moin, hallo und herzlich willkommen, Matzi hier und weiter geht's mit den 35 Meter Kills. Was hab ich für Exits? Haben hier aufgepasst. Kurt Heard, Seward River, Klima-Street, Seward River passt doch wunderbar. Hab aktuell 21 von 50 Kills schon geschafft. Steht da einer drin? Ne, das ist die Pflanze, glaube ich. So, jetzt. So, jetzt geht's um die Pflanze, die Kusschen und die Kusschen. So, jetzt geht's, wir können die Kusschen und die Kusschen. Und jetzt geht's, wir können die Kusschen auf, warum man die Kusschen nicht immer weitergeht. Wir rennen wieder runter Richtung Peinwood Hotel, da habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht, was die Distanz angeht und die Anzahl der Skeps. Das weiß ich nicht, was das ist. Das kann, ich weiß es nicht, ob das, weil Kolondi rennt ganz gerne dahinter in die Richtung, in die Bude da drüben. Also hier jetzt da, ob ich noch einen seiner Guards dort gesehen habe. Oder ob das einfach bloß ins Gefahr. Das sah schon ziemlich dick aus. Ich weiß auch nicht, ob die hier über die Map rennen oder ob die einfach da spawnen und da bleiben. Okay. Das war's für heute. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Oh, Package Losses sind auch wieder am Start. Okay, da kommt wahrscheinlich jetzt nichts hinterher. Dann können wir weiterziehen. Das war völlig in seinen Gedanken. Das hat mir mein Loot geklaut. Irgendwas ist da am Start. Schöne Sache, Hering. Schöne Sache. 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 Die Sonne kommt rum. So. So. Es ist doch nicht zu fassen. Kein Schwein da. So. 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 ich muss mit 22 haben. erst. erst einen. so. so. Oh, na gut, dann lege ich dich halt so um. Böder Hund. Na, kommst du mal. Oh. Oh, komm, Alter, jetzt reicht's mehr. Wir haben keine Zeit für solche Faxen. Ich erschieße mal einer heute rum irgendwo. FMJ kann man ja mal mitnehmen zur Not. Oh, Kanata. Na ja. 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 Ey, guckst die ganze Zeit rüber, siehst du keinen und jetzt kriegst du einen aufs Fell. Schon wieder einen Arm weg. Die sind noch nicht ganz sauber. Mal. Ja. Achamocha' also. Ja. Nur. Ja. No. Ja. 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 Ja, wenn duairs tr affects den nein w sometimes害. Ja. Ja, da Indian ruzen parallelisieren wir nochmals geg Hmm. Was ist das? Was ist denn das? Du kannst unten bleiben, du fliegst gleich rückwärts wieder runter. Oh! 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 was wer ist denn das hat mich doch gerade was getroffen und da guckst du und da siehst du nichts anderes das soll einer verstehen. Kriegst hier Hits, guckst, siehst keinen. Drehst dich um, kriegst wieder Hits. Mann, ich muss raus, ich brauch Distanz. Oh, wie viele sind denn schon wieder hier? Da ist, was ist denn das für ein Folzopfer da hinten? Ich seh ihn immer nicht. Was tut das, du Arschkeks? Oh, jetzt hab ich ihn gesehen. Die Arm schon wieder weg. Ist denn das die Möglichkeit? Ich komm aus der Bund nicht raus hier. Ja, ich hab ne Idee, ich renne auf die andere Seite und dann geh ich hinten runter. Dann stehen die alle hier vorn. Ja, das ist ne gute Idee. Tschüss, ihr Vollpfosten. Das Brett hatte ich doch vor und zu gemacht. Hä? Zwei? Ich hab doch schon einen erschossen. Äh, das ist ein bisschen. Äh, da sind grad zwei gerannt, oder? Bin ich blöd. Die sind jetzt weg. Oh, hallo, Paketverlust. Du kommst immer zur rechten Zeit. Das ist der Arm schon wieder weg. Menschens. Menschens. Nee, ist denn das zu fassen? Nee. Nee. Nee, nee. Ich hab schon ihn vor. Nee, nee. 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 er war etwas klammer veranlagt jetzt kommen die Toten alle hierher 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 also geht mir auf den sack so weg weg springt du blöder Hund springt weiter mir reicht es jetzt mit euch voll die Idioten Das ist wie ein M6. Das war's für heute. Nicht normal. Jetzt kriegst du einzelne Gefresser. Ich seh ihn nicht. Das ist aber alles nicht das, was... Ist das wieder ein Sniper da oder was? Nachgewachsen. Das sehe ich nicht. Oh, ganz toll. Was ist das? Das war's für heute. 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 Oh. Die nehme ich doch gern. Das brauche ich auch. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Was wollte ich noch machen? Achso, ja. Schmeiß ich mal weg. Da kommt noch keiner von den Blinzen. Ah, die ziehen's glaube ich auch nicht an. So, was sagt die Uhr? Das muss ein Sniper sein. Ich seh ihn nicht. Doch, da stehen wir. Doch, da stehen wir. Ich bin neuher. Ich muss sie nicht. Ich bin ehren. Oh, nee. Er ist noch nie, ich bin ehren. Ich bin ehren. Ich bin ehren. aber auf den kopf die scheiß paketverluste es ist nicht zu erwarten ich mache mich aus dem staub mit den paketverlusten das ist gar nichts das ist Müll ich konnte gar nicht richtig schießen auf den die waren so zackig unterwegs gerade noch hier und im nächsten Moment schon wieder woanders und im nächsten Mal dann stauchen wir ja noch mal ein bisschen was ab den laden ja gehäumt den verfaulten müll zurückgelassen das war ja was mit abstauben so was sehen jetzt hier es war noch einiger schon das treppenhaus sniper 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 user ok ich ja 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 Bis zum nächsten Mal.